Die Deko-Accessoires und die Möbel, die mich umgeben, erzählen über mich sicherlich, dass ich eher ein Künstler bin, weil sie passen eigentlich nicht so richtig zusammen im typischen Sinne. Jedes einzelne Stück ist sehr lebendig und zusammen ist es eigentlich eine große Geschichte. Die Deko-Accessoires und die Möbel, die mich umgeben, die mich umgeben, die mich umgeben,